So Leute, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Niko, warum hast du einen Sarg? Fack mich nicht. Ach scheiße, das ist die Karte. Ich habe mich schon mal ins Land gestellt. Oh mein Gott. Ein LKW rausgedreht. Ich muss hoffen, dass der Controller wieder zum Schluss hält, weil ich kann gar nicht mit der Zertwelle spielen. Danke, Juli. Warum bitte? Keine Ahnung, ich drück vier und es passiert nichts. Maustasten. Feiltasten. 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 Ja. Ich fahr mit Wea, Steve. Ich auch. Ich fahr mit den Feiltasten. Feiltasten wird mir gar nichts. Hi, Reg. Hi. Wir fahren die falsch rum. Nee. Letztes Mal sind wir die andersrum gefahren. Nee. Doch, wir sind die definitiv so rumgefahren. Achso, wir sind andersrum gefahren. Alter, Leute. Geht mir so wieder auf die Eier. Ohne Witz. Das war Alex. 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 Nachher gibt es kein CS. Oh Gott. Was ist ein Reifen? Da flog gerade einfach ein Mensch. Ja, ich habe gemalt. Oh, Alter. Fremi, geh mir nicht auf die Eier. 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 Warum stehen hier in der Wüste eigentlich deutsche Einsatzfahrzeuge am Strecktraum? Alter, Fremi, du Pissnelk, ey. Das ist, ich kannte, dass der Klener das bis Biele fällt. Das gibt's doch gar nichts. Alex. Doch, mein Roller. Alex. Werd' doch eh gedreht. Alex. Ich bin jetzt vorne flatt wie so einer Morgine. Sag das Wies. Wies. So in etwa. Juli, hinter dir ist direkt ein LKW. Oh nein. Die letzten Worte eines Juli. Oh, der ist Gott sei Dank an mir vorbeigebrüht. Äh. Gebrüht. 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 Ah, Scheine. Oh, die Kurve hab ich gut genommen. Scheiße, das ist der Nachbar scheiße. Fahr. Dreh, 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 dreh. Dreh hoch, komm. Schalt, man muss komm! Mein Auto dreht so üüüüüübberhaupt nicht mehr. Ich hab da alles hier reden, ne? Ich hab verfrieden. Wobei, eins hat Schieflager, das gefällt mir nicht wirklich. Bonk. Weil ja auch jede Bande mitnehmen, also nachher. Ich versuch einfach nicht zu sterben. Alex. 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 Ja. Nö. wie nö wie nö ja selbst schuld also meine räder können 90 grad nach links drehen das habe ich gerade gelernt wie so ein gabelstab da ja ja ich bin gerade drüber ich dachte ich will dich tot sehen wie viel leben weniger als du als ob er noch zwei busse leben 3d auf einmal Du brauchst mich nur anhauchen und... Es wird demoliert. Hä, wie ist Alex vor mich gekommen? Ja, du wurdest doch grad von dem Bus weggerammt. Da ist aber niemand an mir vorbeigefahren. Ja. Nee, bei mir nicht. Und jetzt mal ohne Witz, bei mir ist da keiner vorbeigefahren. Du wurdest von dem Bus in die Pfande gedrängt. Ja, aber die Strecke hab ich trotzdem gesehen. Da hat mich niemand überholt. Ja, ich bin ein Geist. Alex ist unsichtbar. Los, ihr schafft das auch noch ins Ziel. Alex wird einfach ignoriert. Naja, I like the way I'm thinking. Nein, welcher Arschloch war dieser scheiß Bus? Das ist der kleine Bus. Hast du einen Wichskind? Ich find's schön wie Alex seine Karriere hat bei dem Wagen vor dem Treck weg. Ja. Welches Arschloch hat den kleinen Bus gefahren? Oh Gott. Oh, ich bin Vorletzter, Alex. Ich bin Achter. Oh, in der letzten Reihe. Abflug. Hallo Erik. Hallöchen. Oh, Alter Lenkrad. Ui. Aua. Minus 34. Alter Schwede. Mein Lenkrad geht ja voll ab. Du fährst mit Lenkrad? Ja, muss ich ja. Das Spiel kann man doch nicht mit Lenkrad spielen. Doch. Doch, wenn man's vielleicht so einstellt, dass man nicht mit 900 mit der vollen Lenkung zweieinhalb Runden in eine Richtung drehen muss. Alter. Ich dreh mir hier den Aster. Und das Force Feedback ist auch ein bisschen extrem stark eingestellt. Moment mal, das geht nicht. Hast du eine Lenkrad-Carriere? Force Feedback stellen wir mal runter. Lenkrad. Lenkrad. Kann ich irgendwie einstellen? Lenkrad. Eine Tomate. Wir zu Kurven kriegen, müssen wir nochmal leeren. Kann man da rum? So, kann man? Weißt du, wie ist schon fertig? Nein! Aua! Aua! Hi Juni! Hi! Aua! Aua! Ich weiß gar nicht, wo ich hinlegen soll. Oh, remodiert. Danke für das. Aber ich hab jetzt selbst nur noch 4 AP. Sehr gut. 53. Oh nein, Främie ist hinter mir. Das ist noch ein großer Abstand. Ja, nicht wenn ich so viel Scheiße baue. Ich hab drei Räder. Na schön. Mehr schicken kann ich auch nicht mehr. Ich hab Tastatür. Die Tastatür. Ich hab drei Räder, ich kann absolut nicht lenken. Gut, ich bin tot. Ich kann absolut nicht mehr lenken. Aua! Nee, ich nicht. Also Erik. Hallo! Hallo! Hallo, der ist ein Egel. Der Auszeit meint nicht. Alter, der ist schon wieder B-Besogon-Figure. Ne, das ist jetzt Bengon. Wer ist das denn? Okay, warum? Warum? Warum nicht mehr aufhören? Fahre doch nicht in ein totes Auto rein! Soll ich über dich reinfahren oder was? Ah, Dankeschön. Alfred! Spasti Leon. Wie gesagt, meine Lenkung ist fast abends im Arsch. Meine Lenkung ist echt im Eimer. Ich hab zwei Räder, glaub ich aktuell. Ja, ich hab zwei Räder. Eine Kurve und Juli ist fast tot. Ja, ich hab schon wieder drei Reifen. Einer B und O. Juli, ich hab zwei Reifen, ja? Ah, ich bin kaputt. Juli hat aufgegeben. Was, ich bin mal länger drin als Leder? Wenn ich drei Reifen hab, fahr ich nicht mehr, dann mach ich mich selber drin. Wow. Ja, natürlich, ich hab keinen Bock auf drei Reifen. Alter Juli. Ah, langweiler. Erik und Fremd. Wuscheln wir runter. Der wird piet. Ja. Der wird auch warm. Bäng nun. Nein. Das wärs jetzt auch mitten in der Nacht. Naja, ich sag mal so, Hauptauslöser war Erik mit seinem Bus. Der muss dich ausweichen. Immer nicht so böse Erik. Der hat ja auch den meisten Schaden gemacht, oder? Ich ärgere, ich ärgere auch grad Frames. Nee, ich hab wirklich glaub ich den meisten Schaden gemacht, oder? Frames ist ziemlich frustresistent, muss ich sagen. Ja. Ja, ich bin ziemlich gelassen, was das angeht. Ja, deshalb macht's eigentlich auch nur Spaß Juli zu rammen. Und Nico macht auch so ein bisschen Spaß. Ich kann mich aber auch aufregen, wenn man mich dann so richtig ärgert. Ja. Ich ärgere mich eigentlich bloß, wenn welche in der Gruppe mit LKW spielen und die dann einen weg haben. Nächste Woche. Erik ist ganz vorne. Hi Frames. Erik fährt nicht los. Ach guck mal. Diese hier ist ja nur sechs Runden. Oh, das Ding ist... Also nur in Kamera. Der Fernmacht ist voll. Hi Erik. Hi. Have a great time. Hi Igor. Hey Leon. Remy. Remy. Ja. Uli. Alter Nico. Au. Ja, hallo Uli. Oh oh. Nein. Verständlich. Ja, da bin ich mal der Erster. Au, au. Jetzt hätten alle abgeflogen jetzt. Ja. Mindestens der Drittler haben wir da. Ach du Scheiße, du ziehst ja ab. Ja, ich habe ja auch einen getunt damit. Zieh, 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 zieh. So, saug dich ran. Und zieh und ab. Hör. 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 So. Verpiss dich, Chap. Was für ein Chat? Chap. Heißt du, ein Botso? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fehler wurden gemacht. Er hat uns Frems. Mistakes have been made. Dauerscheißer. Komm jetzt fahr. Uli. Der Bot hat mich runtergeschubst. Der Bot hat mich runtergeschubst. Der Bot hat mich runtergeschubst. Was? Juri. Ich war, ich war, er muss so jetzt bin ich. Achter. Frems. Ja, ich wollte den Frems fahr. Alter. ich habe schon wieder nur drei reifen das macht das spiel wieder ja recht fest punkt extra reagiert nicht okay gut macht doch keinen spaß warum verliebt mann ist so eine scheiße kommen bitte fang dich an das spiel ja ich bin dritter ist das echt der has der sehr gut spiel ist abgestürzt ja ich habe zu sehen ich hab drei habe ich scheiß die wand an einen ich wollte ihn unbedingt noch haben er ist vor dir jetzt wird eigentlich selbst getötet er hat sich nicht selbst getötet warte auf ihn es hinter dir ist links 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 ist nicht auf einem deutschen kanal fehler wurden begeht jetzt hinter dir rechts 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 bin ich der letzte der lebt von uns ich bin auch noch dabei leider ja juli ist da gerade beim betreten des servers schaden intensiv ja das macht halt die drei reifen und so was kaputt ja schon aber weil alle anderen fahren immer mit vier reifen ich fahr immer mit drei ja dann wähl dich immer ein dreirad aus oh gott wähl dich immer ein dreirad aus guter tipp so guck mal bitte ich bin jetzt in der letzten ich habe ja gerade mit leon die ganze zeit gewartet ja ich seh das ich seh das oben ja ich seh nur wenn du zuguckst hast du ja wenn du ne das verliebt doch du hast du hast du an juli ja tab ja okay tab hat die position aber du kannst das hat auch ein das ist standardmäßig verborgen wenn du zuschauer weil kannst du ein alles sehen doch er schämt dich das ist eben über die zielinie und geschafft ja wie die findung der handbremse für juli wurde der cockpit ansicht das würde mich mal interessieren wie das bei euch eingestellt ich habe keine ahnung ich habe es ja selbst umgestellt alles auf halb wird so war wir erst auf voll ich war schon mal ganz nah auf ich bin tot ich bin fast doch sehr gut ich habe keine runde schafft ich auch nicht aber ein queser ich bin zwei mit 90 so schlecht wie habe ich das geschafft was ich will den engländer geben und wird aber drauf geben das war die richter bis gerade an einen engländer geben wo ist die rückspiegel haben sich berührt aber vielleicht geplant frames die ausführung war nicht so dass ich gerade beendet dream hat beendet ich will doch nur einmal wieder ein rennen ich glaube das schaffen wir hier nicht mehr nein vor allem zehn runden wir sind jetzt bei zwei ja der kommt aus der kurve aus also schön hat es ausgesehen ich fahr lieber nicht über die rampe wer ist doch über die rampe gefahren war alter ich hatte doch noch 17 hp ja hatte korrekt ja gut das müssen wir jetzt alle raus wenn ja das gerne like da schaut beim nächsten mal wieder rein tschüss tschau tschau